und sie dann weg ist machen dann hier ein past event page waren sie wieder dahin so genau gut dann new event page rote 1 und dann copy event page unten past event page wieder unten gucken lassen so heute genauso copy event page new event page switch gute 1 ich könnte ich kenne ich wollte hier sowieso schon öfters also wollte ich den maker mann näher bringen weil irgendwie beibringen oder sowas wenn du ja mal zeit hättest und mal auch irgendwas vitamine zu lassen würde ist mein freund aber das geht ja bei ihm nicht weil für sowas muss man sich immer absprechen dass man weiß dann hat er einige zeit mal das dauert ewig das gibt nicht inhaltung von der stürmer spontan sondern das sind dann richtig toll rein wo ich jetzt müsste beibringen wo ich eigentlich nicht unbedingt der beste irgendwann nicht unbedingt der beste bin um das weil ich nicht der proben im abg maker und deswegen ja ich würde sagen um ich will jetzt nur noch fertig zeigen und fehler bereinigen und dann wechseln wir mal das spielen und daher so stehen die hier doppelt rum warum so wird der falsche switch na klar freisch als switch das der 1 ist es richtig rote 1 bitte dann geht doch und dann muss ich gucken habe ich das ich kann nicht was so 1 ist das jetzt richtig oder doch dann kopieren psps 1 kommt das nämlich weg nämlich keine gute idee das doppelt und dreifach aktivieren zu lassen ich mag das nicht jetzt kommen wir mal das ganze funktioniert soweit müsste eigentlich schlinder durch einen kreuz und weg rum aber dann komm gehe weg alter man geht so rote 1 das funktioniert hat das geht doch und ist auch viel logischer als er die tustel auf der rumpen aber so damit haben wir jetzt auf rote 1 jetzt auf der typischen event fast rein hallo ich arbeite im pokémon supermarkt wo wanto city wenn du willst kann ich dir ein werbeschenk geben die anspielung auf auf chesra gezet übrigens ist anspielung auf pokémon rot super hier sind zwei tränke für dich sollen wir tränke halten komm ich doch mal im markt besuchen wir führen sogar pokémon ja gut pokémon bringt natürlich nichts weil man keine pokémon fangen kann so mal gucken ob es auch pokémon gibt ja natürlich so radfratz wir können natürlich keine pokémon fangen die sind eher zum trainieren gedacht von daher wir machen uns natürlich kaum schaden im normalen angriff deswegen sollte man wohl doch na gut egal 8 ep fünf gold minister die 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 wir oder ein astronomyắcro rat writer obviously Testen. Immer was testen. Hallo. Oh, du bist doch Red, der berühmte Pokémon-Meister. Hm, ich glaube, ich teste meine Pokémon bei dir. Na dann, erster Trainerkampf gegen zwei Erdfrotts. Ist es natürlich jetzt, ist es halt natürlich bei dem World immer noch kein normales Pokémon, deswegen, ouch, ouch, ich sterbe gleich, verdammt. Und tschüss. Er ist schon mal tot. Ja, ich glaube, die Icons sind immer noch falsch. Die müsste ich mal irgendwann mal ändern. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht ganz genau, wo die Icons sind. Das habe ich bisher noch nicht gefunden. Verdammt, du bist echt stark, Red. Hm, 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 hm. Immer mal nach Corrado City. Oh, das ist mir noch falsch eingestellt, das Schild. Upsa. Hallo. Guten Tag, mein junger Herr. Du musst neu hier sein. Wie wär's, ich führe dich ein wenig in der Stadt herum. Ja. Gut, folge mir. Aber wenn meine alten Knochen nicht mehr die jüngsten sind, abhängen kann ich dich trotzdem noch. Das hier ist dein Pokémon Center. Hier kannst du dich für ein geringes Entgelt ausruhen und die Nacht über bleiben. Dies ist dein Pokémon Supermacht. Hier findest du alles, was du und deine Pokémon für das Überleben der Welt ist, brauchen. Außerdem kannst du hier Pokémon der vorigen Brute kaufen. Das sind die Fallen natürlich Ratzfratz und Taubsee werden. Da kann man immer lachen. Gute Option. Dum dum dum, hm, 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 hm. Ja, dafür dass man ja kein Pokémon als ich hat, sondern Red. Die, 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 dum dum dum. Musik ist ja übrigens aus, sogar als Rot und Blau bloß mal orchestriert. Ah, ist ein bisschen komisch, wir geschnitten, aber egal. Und das hier dürfte für dich als Trainer recht interessant sein. Das ist eine Pokémon Arena. Hier kannst du dein Können als Trainer unter Verweis stellen und den Arena-Land herausfordern. Nun gut, mehr Göttels in dieser Stadt auch nicht zu sehen. Ich hoffe, ich konnte dir trotzdem helfen. Ich glaube, er ploppt, ja, das habe ich noch nicht eingestellt, der ploppt gerade noch weg. Ja gut, äh, das wird noch gemacht, aber bin du ja da. Was, schon wieder mein, der war verpasst. Du hast übrigens auch was, du hast übrigens auch was anderes verpasst, nämlich den Typen hier, den Fremdenführer. Und den ersten Trainerkampf hast du verpasst. Also du hast ganz schön viel verpasst, Schöster. Äh, oh, da hatte ich ein Item, hab ich ganz, ganz übersehen. Na, 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 na so machen wir mal in die erste stadt puranto city ist natürlich nur grob gemäppt ist es noch nichts außer der typ da da im pc stehen natürlich noch keine rum aber ich wollte den typen erst mal hier noch haben daher nun doch mein junger herr du musst neu hier sein wie wär's ich führe dich ein wenig der stadt herum machen wir es einfach mal gut folge mir auch wenn meine alten knochen nicht mehr der jüngste sind abhängen kann ich dich trotzdem noch das ist ein pokémon center hier kannst du dich für ein geringes geld aus im geld ausruhen und die nacht über bleiben dient eigentlich also als hotel dadurch dass man halt per se eigentlich kein pokémon hat jemand heilen könnte habe ich das so gelöst das ist ein pokémon supermarkt die findest du älterst du deinen pokémon twitter leben in der wetnis brauchen außerdem kannst du hier pokémon der freuden rote kaufen die die legt die leider muss der schämt was sind das erklären alte die 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 den pokémon so ein typen der herumführt du musst es ja nicht annehmen ich versuch aus dem er haben was einfach halt auch eine anspruchung an die pokémon die spiele ist und dass hier dürfte für dich erst trainer recht interessant sein dass ist eine pokémon arena die kannst du dann können als trainer unter beweis stellen und den arena land herausfordern nun gut merken in dieser stadt auch nichts mehr zu sehen er auch nicht zu sehen ich hoffe ich konnte dir trotzdem helfen so jetzt glaubt der übungswerk aber ich habe noch nicht weiter gemäkert deswegen so ja ich musste ihn da eigentlich nicht ohne das schild ist aufwärts eingestellt okay na gut mache ich dann nächstes mal wir wechseln es erst mal das spiel und daher und es gibt noch oder es geht noch nicht zurück der alte muss in ehrfurcht erstarren und sich danach die puls anderen aufschneiden war mit ihnen dazu verleitet hat stimmt denn die pokémon schon so was erklären strotzen großer straße ja 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 die 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 den so was spielen wir denn jetzt ich habe keine ahnung ich habe keine pläne gemacht man da haben wir noch drei stunden um zwölf würde ich gerne schlafen gehen weil ich nämlich dann um viertag schon wieder aufstehen muss morgen das habe ich noch gar nicht erzählt meine die schule meiner mutter weiß seit vor gestern dass sie spätestens morgen aus der schule raus ein muss also als landen in die schule einkommen finde ich sowas von scheiße ehrlich gesagt also naja so leute was spielen wir denn jetzt ich habe keine ahnung was wir jetzt spielen ich gesagt hoch kolis muss jetzt nicht unendlich sein das ist wenn ich zwar über die spielen aber nene nene bava baba ich könnte ba mario zumal pause x weiter spielen acht wir mal das weiter ganz einer von euch mal eben kurz bitte ändern dies könnte dass übrigens über über Ausrufezeichen Game könnt ihr das Spiel ändern und Ausrufezeichen Title, also auf Englisch könnt ihr den Titel vom Stream ändern und daher Und dann ein Superbrows X werde ich dir das wahrscheinlich finden also Superbrows X New Superbrows, ja das ist eigentlich falsch Am besten Superbrows 3 ein, das ist glaube ich besser, da wirst du es eher finden, was habe ich das gemacht, wo ist das, da muss ich das außen das Element rausgehen Klein und die Wundersame Welt, den Mario Brüder Äh, hast du Titel davor vergessen, äh, German davor vergessen Mein Freund, also diese Editoren von heute, die können gar nichts mehr, seid zum Scheißen zu doof Ja, beleidige deine Mods Claim, das ist eine sehr kluge Idee Ja, so, muss ich kommt mal weg Ist doch egal, Kreis davon ist das richtig Ja, aber sind wir für das Existence wahrscheinlich ihn dort nicht finden So, wo waren wir eigentlich stehen geblieben, das weiß ich gar nicht mehr Irgendwo waren wir stehen geblieben Ach stimmt, ja, hier war wir stehen Ach, scheiße Ach, Mist German steht doch eh dabei, wenn du den Arten besetzt hast Äh, nein Im Streamtitel nicht Das ist ganz falsch, das war Im Streamtitel steht das nämlich nicht Dass das Ding in German hier ist Und wenn dann irgendwelche englischen Leute reinkommen, fragen sie sich, was redet der für eine Sprache Und wenn du über das Dingens guckst, über das Handy, siehst du die Einstellung eh nicht Deutsch Das siehst du nur im Dingens, im, ähm, im, wie heißt es, im, äh, im, am PC Und die wenigsten gucken heutzutage auf dem PC Das ist ja das Die meisten gucken über das Handy Wo ich das nicht verstehen kann, weil die App ist so scheiße Verdammt, scheiße Äh, nein, nicht im Titel, aber wenn ich einen ausländischen hier zustoßen will Hey, what language is this? Sounds cruel He, my little German Gerr, gerr, gerr Ja, ist klar Oh, jetzt werde ich wahrscheinlich je sterben Scheiße Das krieg ich auch niemals hin Ja, wir sollen das mit dir funktionieren Ja, verdammt Dieses, dieses Level eh Gehrr Gah 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 Gah